Musik 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 So, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Matrix The Path of Neo Lange ist her dass ich mich wieder... Blah, ist das lange her dass ich mal jetzt wieder WTF ist das laut dass ich mich mal wieder entschieden hab ich mich grad selbst kaum Matrix The Path of Neo zu spielen und jetzt machen wir gleich mal weiter mit Part 11 Ich hab jetzt einfach mal Bock und sehen wir mal wie das jetzt wird ich bin total aus der Steuerung raus Katze ihn Kannst du mich kurz mal in die Bedienung dieses MGs einweisen? Download läuft Und schwupps, können wir alles Realistisch Leute MG Verwendung Mit der Maus Kamerasteuerung kannst du die Waffe... kannst du die Waffe zielen Okay, gutes Deutsch Schießen Maustaste 1 Okay, okay, okay Das heißt Leute Zack, Steuerung Machen wir erstmal wieder die Steuerung umstellen Ich weiß, das nervt jetzt aber Das müsst ihr jetzt miterleben Vielleicht schneide ich es raus Muss ich mir dann selbst nochmal überlegen wie ich das da mache Spring leer Okay, ich glaube es ist alles klar Los geht's, es kann losgehen So... Ähm... Ihr wisst ja, ich bin ein Held mit der Maus und treffe alles War natürlich ein Scherz Ich treffe natürlich meistens nichts Ähm... Aber ich werde mich bemühen doch was zu treffen Worauf muss ich überhaupt schießen? Ich wüsste das mal gern Ah, sicher hier unten in die Bürofenster Wetten Da ist doch sicher was Zack, zack, zack Da ist glaube ich ja Irgendwelche Feinde Oder wartet Da hinten sind noch Feinde Da ist einer Okay Da oben ist ein Helikopter Aber bevor wir jetzt überhaupt weitermachen gucke ich jetzt mal bei Missionsziele bei Bonus-Missionsziele Vernichte den feindlichen Hubschrauber und schalte Bonus-Material frei Okay, wir müssen also den feindlichen Hubschrauber vernichten für Bonus-Material Habe ich nämlich noch nie gemacht und das werde ich jetzt einfach mal versuchen So... Mal sehen wie das klappt Ähm... Da sind gleich noch mehr Gegner Die nehmen Deckung hinter einer schon kaputten Barrikade Das ist natürlich ganz schlau Von den Gegnern So, jetzt müssen wir mal gucken Wann kommt der Heli, der feindliche Heli ins Visier Wann Und natürlich auch wo So, den haben wir auch sofort wieder zurückgeschleudert Zack Kabuum Kabuum Leider kann ich die Kamera nicht steuern Komm, ich bekomme gerade seine Standortkoordinaten rein Oh, das ist ja sehr schön, ne Ah, da sind noch mehr Feinde sehe ich gerade Zack, zack, zack Ah, ich könnte doch eigentlich auch hier auf die Seile schießen Oh, ich komme nicht klar gerade Egal Lassen wir die Feinde erstmal über Bum Ja, die Idee hat geklappt Okay, der wäre auch weg vom Fenster Okay, der wäre auch weg vom Fenster Aber der Heli, den Heli brauchen wir Wann kommt jetzt der Heli ins Visier? Ja, das frage ich mich echt Ich fahrt jetzt schon Nur auf diesen Helikopter Noch mehr Soldaten Aufpassen Neo Ja, von wo? Ah, da Da kann man gleich hier rausschießen Das müsste man eigentlich explodieren Tut es aber nicht, also lassen wir es Zack Das können wir auch gleich mal Wir müssen hier weg, Neo Okay Ist mal ein Statement Ja, mir fällt jetzt gerade nicht so viel ein zu kommentieren Weil ich natürlich live kommentiere zum Spiel Und ähm Ja, den habe ich auch noch Den Soldaten So Tja, was, was sollen wir machen? Die Standorten von Morpheus sind jetzt gerade der Trinity durchgegeben worden Ja, ich halt durch Ich hier, ja Heli, Heli in Sicht, Heli in Sicht So Heli in Sicht Komm, 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 komm Nein, nein Ah, fuck it Tja, selbst mit Fokus geht es nicht Also mit Zeitlupe Na, da bau ich jetzt keinen Fokus Na, da bau ich jetzt keinen Fokus Kabum 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 Mir alles scheißegal, ich mach euch platt Oh Oh Ich hab ne MG hier Yeah Oh, das ist ein Gefühl, ne MG haben Zack, 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 zack Ah, jetzt geht's wieder, oder? Endlich, jetzt geht's wieder Ich bin echt ein Durstiger Fuck, hm, Helikopter nähert sich Oh, ich mach grad alles falsch Ah, ich hab ihn immer ein bisschen getroffen So, komm, 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 hier muss ich ja jetzt was treffen Ich darf natürlich nicht ununterbrochen schießen So, da unten sind auch wieder ein paar Soldaten Zack, 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 alle weg Ja, alle weg vom Fenster Das war doppeldeutig, alle weg vom Fenster Oh, nein Und ich bin schon wieder überhitzt Das gibt's ja nicht Okay, jetzt nicht mehr Zack Kabum Jetzt müssen wir alle auslöschen Und da unten war noch einer Komm, weg mit dir So Uff, 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 uff Ich sollte nicht so viel schießen Dieses MG überhitzt leicht Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber Ja, feindliche Gesellschaft Komm, den haben wir gleich Komm, es ist nicht mehr viel Ich brauch diesen Heli runter Runter mit ihm Ich soll die Rakete abschießen Ich hab die doch schon Ich hab die Rakete schon längst Fuck Fuck it Scheiße Okay, okay Wartet Was blinkt da? Was piept da? Was piept da? Ich hab keinen, keinen So, jetzt geht's wieder Jetzt, okay Ähm, ich bin andauernd jetzt angespannt Ich will diesen Heli auf jeden Fall runter Kriegen Da, vom Himmel Okay, irgendwie mit dem Zielkreuz stimmt was nicht Ich seh ja, wann ich den Heli treffe So, jetzt der Heli ist down Der Heli ist down Oh, ein Bonus-Miss-Ziel Bla, yeah Geil Mission abschließen Oh fuck Yes, ich hab das Bonus-Ziel geschafft Yes Die Agenten haben Malfoyz umzingelt Feuer halten, Neo Das kennen wir aus dem Film Die Szene Die Agent Smiths Ich hab keinen Fokus mehr Oh, oh, Cutscene Cutscene, yes Ich stell mein Mikro aus Sehr komische Cutscene Ich glaube, das Spiel hat da gerade einen entscheidenden Fehler gemacht Kann mal vorkommen So Jetzt müsste eigentlich noch einer der Agent Smiths da reinkommen Und den jetzt erschießen Sorry, dass ich Spoiler Aber ihr kennt doch sicher alle den Film also, ne Fuck, 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 Raketen Weg mit ihnen Boom, kaboom Nicht uns schaden, nicht uns schaden Raketen Oh, Mann, 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 Mann Ich bin vielleicht ein Trottel Jetzt sind wir fast tot Also der Heli, oder? Das blinkt so Bei Malfoyz Ja, äh, tun wir ihn jetzt mal retten, den Malfoyz Hallo? Hallo Komm schon, Malfoyz Komm hoch Da kommt der jetzt raus Wetten? Hundertprozentig Zack Da ist er da und der Agent Smith Jetzt kommen Malfoyz Renn Renn Jetzt kommt die Cutscene Jetzt Glaubst du es mir jetzt, Trinity? Alles, was mir das Orakel prophezeit hat, ist wahr geworden Trinity Alles bis auf das Jetzt Jetzt weiß ich, warum sie dich gern hat Wer? Der Schlauste bist du mir nicht Ich bin nicht der Auserwählte Du musst es aber sein Mr. Anderson Was tut er da? Es wirkt er glaubt an sich Was tut er da? Es wirkt er glaubt an sich W-What the hell? O-Ok es geht gleich weiter Ähm Update Missionsziele Vernichte Agent Smith. Super Ziel. Das war mir eh klar. So. Ich bin jetzt ja komplett raus aus der Kampfsteuerung. Es tut mir leid. Wirklich, ich bin komplett raus. Bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Scham-ba-ba-hi-ho-ho. Schabla-ba-ba-ba-Eiffelturm. Oh ne, der ist geklaut von Diesel. Ah nein. Nein, 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 nein. So, zack, zack, zack. Wie ging diese ganzen Kombos? So, irgendwie so, ne? Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich muss ihn irgendwie schlagen, wenn die U-Bahn kommt. Erinnere ich mich. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere Zack, und jetzt die Combo, los, zack Ja, sehr schön, und jetzt komm Wie wär's, wie wär's, ne Wenn du nochmal hier so ein bisschen Ne, Kaboom, so Jackie Chan Style, ne, so Zack, 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 so, ne So, halabalabala Oh, what the fuck, bitte U-Bahn, komm mir jetzt Nein, 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 nein Du machst bei, ach, die Superattacke, wie ging die nochmal Ah, Leute, ich hab alles vergessen Okay, wir werden sehen, wie das ausgeht Ich drücke einfach nur ein paar Standard-Kombos Und jetzt, ähm So, halte ich ihn auf den Gleisen Zack Boom, Kaboom Kaboom, jetzt hab ich endlich mal den geschafft Den Wurf, kapett, oh, jetzt hab ich's raus Das hab ich ja schon ewig immer versucht Na, okay, diesmal nicht Das klappt natürlich auch nicht immer, das ist logisch Zack Und in die Eier, yeah Das ist mein Lieblingsmove irgendwie So Den kennt er ja schon von mir So, ich glaub, ich muss den Agent Smith einfach nur ein bisschen mal trittieren Dann geht das schon alles gut Zack, nochmal ein bisschen hier Für den Agent Was tut man nicht alles für den Agent, ne Oh, ich werde sterben Ja, na klar werde ich sterben Sicher Dicker, sicher Nein Der Zug fährt ein Bitte bleiben Sie hinter der weißen Linie zurück Ja, na klar Und jetzt Nein Nein, da hat er die Kombo geschafft Oh, da wollte ich jetzt Es wird bald vorbei sein Und ja, für dich, du Schweinehund Ja, komm doch her, du Zack Oh Fokus erhöht Oh, ist die Musik gerade krass geil, ey Zack Beds Kaboom Und weg mit dir Du Agenten Du Sonnenbrillen Fetisch Fuzzi Du, keine Ahnung Du, ähm Ne Wisst ihr, was ich meine Zack 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 Das ist mein einziges Kommentar, was ich hier gerade geben kann Ich bin einfach so geflasht So Zack Zack Und jetzt, komm, komm, komm Und jetzt auf den Zug Da muss er hin Los, auf den Zug Los, los, los Nein, nein, nein Ich Idiot Oh, wieso bin ich mir runtergesprungen Oh, Level erneut starten Tut mir leid, dass ihr dieses Fähre jetzt miterleben müsst Oh nein Das ist jetzt Oh ne, das ist jetzt nicht deren Ernst Nicht deren Ernst Oh, fuck Okay, ich cutte das, Leute Nochmal die Szene Ich bin wieder hier jetzt gerade da Gleich kommt's wieder Bam Kennt ihr es schon, aber trotzdem Das gibt Energie Konzentriere dich, Neo Tja, diesmal kannst du mir nichts anhaben, Agent Smith Weil diesmal Bin ich der Super King hier und nicht du Damit es mal klar ist, ein für alle Mal Ne, ne, damit das mal klar ist So Ja, ich hab noch andere Tricks Ohne ob ich die hab, aber ich komm gerade nicht klar mit der Steuerung Tut mir leid, Smith Warte, du musst dich ein bisschen gedulden Oh Mann Das ist mal inne für den Käse hier So, jetzt, ähm Nein Zock Oh, der war schön, der war nice Yes, nice Oh ja, ich wollt grad raus Mal probieren, ob das so rausgeht Aber vom Film her weiß ich schon, dass ich dich auf die U-Bahn schmeißen muss Aber ich werde das nicht schaffen Das sag ich gleich jetzt schon Einfach weil ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde Ich muss dich mit, äh, mit Spezialangif nehmen und auf die U-Bahn werfen Und genau das hab ich jetzt vor Zack Nein Oh Du Fiesling Noch einmal, schaffst du das nicht Boom Oh, fuck Kap Boom Oder auch nicht Egal Wir müssen den Fokus ein bisschen aufladen Zack, zack Und komm Zack, zack, zack Bisschen ein paar Tritte auf den Smith Einfach so zum Fun, ne Oh Yeah, Fußball Ah, haben wir schon lange nicht mehr gespielt, das Fußball Ähm Nein Ja, warum weiterkämpfen? Einfach aus dem Grund, weil du ein Arschloch bist So Bladababam Fußball So, ich muss ihn aber jetzt endlich mal auf die U-Bahn schmeißen Also, äh, so geht's nicht So, zack Werfen wir dich hin So, schon mal in die Richtung Und jetzt Kab Boom Hä Okay Spiel Du hast mich gerade sehr enttäuscht Sehr enttäuscht So, komm Jetzt, perfekt So, so kann ich das machen Ja Yes 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 Geschafft Kabam 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 Yeah Macht mir das nach, Leute Tö-düm Was nun Was nun Okay Okay Oh fuck Äh Update Missionsstede Ähm, okay, okay Ah, ich muss jetzt gar nicht weiterkämpfen, okay Schauen wir gleich mal bei der Missionsstede Ah, finde einen Weg heraus, okay Agent Smith haben wir jetzt vernichtet, sehr schön Aber ich muss einen Weg herausfinden So Geht's da lang? Ja What the Bitte helfen Sie mir Sie gehören nicht der Herrmann Sie müssen besser gehen Los, schnell Gehen Sie besser Oh, Agent Smith Kann der auf mich schießen? Mr. Anderson Oh man, das kann er Oh fuck Da muss ich da lang Nein Fuck, jetzt bin ich Oh Okay, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern Hier an diese Welt Gut Dann gehen wir mal da lang Oh man Vielleicht bloß nicht durch die Tür gegangen Was ist das? Oh man Oh man Oh man Ein Fehler in der Matrix Oh scheiße Okay Strange Wie überleben wir jetzt den Aufprall? Ah, wir sind wieder im Startmenü Ja, sehr schön So Da ich aber ja Seit Letzteren schon Längere Parts mache Mache ich jetzt gleich weiter Also Erstmal Wir haben wieder ein paar neue Fähigkeiten Zwei Ah, Entschulde Was war ich denn da vermisst? Zwei Fähigkeiten zum Auswählen Erstmal Luftangriff Level 3 Sehen wir uns das Upgrade an? What the hell? Der Move ist schon mal krass Aber wir schauen uns da vorher nochmal Hier den One Super Angriff Level 2 an Okay Der ist auch nicht schlecht Aber mir gefällt Am besten der Luftangriff Level 3 Diesen Upgrade Tun wir erwerben Und Können wir hier schon was erwerben? Nein, noch nicht Okay Leertest zu starten Viel Spaß bei der Zwischensequenz Und da sind wir wieder Update Missionsziele Gleich mal gucken Ne Ich finde einen Weg aus der Station heraus Oh, achso U-Bahn-Station sind wir Okay Kein gutes Zeichen Okay, Neo, wie du meinst Dann wird das Ganze jetzt Jetzt schon ein Rätselspiel Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht Ja Ähm, okay Was brauche ich denn? What the Ich denke mal Ich darf nicht aufs Gleis springen Das sieht sehr elektrisch aus Ähm, da ist eine U-Bahn Können wir einfach mal rein Wenn sie sich öffnet Bleibt sie stehen Ausweis Ähm Ausweis Kein Ausweis, keine Mitfahrt Holen Sie sich einen Ausweis in der Station Ich warte Okay Einen Ausweis in der Station Lustig Gehen wir mal wieder zurück Und suchen mal irgendwas So Oh, Tabulator kann man hier drücken Gut, Tabulator Aha Oh, wow Das waren also Ich habe einen Ausweis So schnell habe ich einen Ausweis bekommen Gibt schon einen Bonus Missionszellen Nein So, wir haben einen Ausweis Dann können wir in den Zug Hallo Darf ich rein? Tabulator Ja Die hat ja eine komische Stimme So ganz mechanisch So metallisch Hm Strange Ähm Okay Er hat gemeint Nach hinten gehen Ja Fährt der Zug dann auch los? Ne? Nicht, dass der jetzt ohne mich losfährt Vielleicht sollte ich hier einsteigen Nein Gut Gut, dann steige ich jetzt hier nochmal ein Ich bin drinnen, Dicker Du, ich bin jetzt schon in der Bahn Ne? Hallo Gibt es hier ein Telefon? Nicht hier Im letzten Waggon Haha Ich poliere dir die Fresse Letzter Wagen Grünes Männchen Ich dachte, es gibt nur einen Nur einen Waggon Oh Mann Das ist ein geiler Move Wartet Wie habe ich den gemacht? Keine Ahnung, wie ich den gemacht habe Aber er war geil So Es gibt anscheinend doch noch mehr Wegen Äh Scheint eine Traumwelt zu sein Wow Okay Update Missionsziele Also Erreicht der Telefon am Ende des Zugs Sehr schön Darauf freuen wir uns natürlich alle schon So Und da sind wir schon im nächsten Waggon Das war jetzt leicht Mal sehen, wie der nächste Waggon konstruiert ist Sehr schön Das freut mich ja gleich mal So Vor allem die nette Kamera freut mich So Ich würde vorschlagen, wir rennen hier an der Wand entlang Nein Oh Da hat uns der Sprung aber das Leben gerettet So Balboa, was ist denn das? Wo sind wir denn? Balboa Da ist das Telefon Komm Wir sind beim Telefon Jetzt, wir sind beim Telefon Hol mich hier raus Neo Oh Mann, wir hatten dich nicht mehr auf dem Schirm Alles klar, hol mich einfach hier raus Ich stelle eine sichere Verbindung her Aber wo bist du bloß? Wie? In der U-Bahn Kannst du mich denn nicht sehen? Oh ja, da Sieht nicht gut aus Der Code ist defekt Du hängst in einer Endlosschleife fest Und wie komm ich raus? Eine Sekunde Okay, kann losgehen Irgendwo im Zug muss es eine Notbremse geben Aber vielleicht steht der Zug auch auf dem Kopf Kannst du mir folgen? Ähm Ach, aber das überrascht mich auch nicht mehr Du musst die Notbremse ziehen, wenn der Zug richtig rumsteht und in die richtige Station einfährt Was? Beim Balboa-Ausgang befindet sich eine Leitung Steig dort aus Okay, danke Richtig rum und in der Station Das wird ja immer mehr zum Rätsel Also wenn er bei ihm bei Boa einfährt, okay Das heißt, erstmal zur Notbremse Mal wieder durchgehen Hier, los Ab in den nächsten Waggon Also in den, ja Zweiten Wo hier dieses lustige Level ist So Und zack Ab in den nächsten Ah, das ist der Der ist fies Ist hier die Notbremse? Balboa, Vorsicht beim Ausstieg Okay, Balboa hat er gesagt Tabulator Ah Ich bin aber auch ein Trottel Der Zug muss doch richtig rumstehen, ne? Hä? Okay, dann gehen wir nochmal zurück In den, äh, allerletzen Nein! Ähm, da! Gül! Das will ich doch gar nicht! Blödes Spiel! Blödes Spiel! Ich möchte das nicht! Ja, bitte! Komm! Ich möchte jetzt, äh, eigentlich hier raus Wenn das geht Nein, geht nicht Okay Dann habe ich eine Idee Wenn die richtige Seite oben ist Ja, ähm, ich gehe jetzt erstmal wieder hier zurück Ich habe nämlich eine Idee Ich wette, wenn ich jetzt wieder in den anderen Waggon gehe Und dreht sich da alles um Wetten? Wetten, es dreht sich alles wieder ein bisschen anders Und ich glaube, wir müssen es so oft machen Bis sich der Waggon richtig rumdreht Genau, bis sich der richtig rumdreht Jetzt ist er wieder falsch rum Also nochmal zurück Und dann wieder zurück So Bin ja nicht auf den Kopf gefallen Hm, wortwörtlich hier Mit dem komischen Level So Jetzt müsste er richtig stehen Ja, sehr schön Jetzt steht er richtig Also, sag Balboa Na komm, jetzt sag schon Balboa Wir warten doch alle nur darauf Dass du jetzt sagst Dass wir in Balboa einfahren Boah, jetzt Ah, super Gut Ich wollte schon gerade sagen Jetzt kriege ich die Krise Ja, geschafft Geschafft Hä, du bist aber komisch rausgegangen Da Mit der Waffe So Ähm Ich werde dir jetzt kaum wieder erkennt Also Leute Seid ihr bereit? Let's fight Zack Wer gibt mir Feuerschutz? Niemand gibt mir Feuerschutz Boom Kabum Neo wieder in Action Aber was fehlt natürlich Was fehlt ist die Musik Ähm Wenn ihr wollt Kann ich demnächst wieder Musik hinzufügen Ähm Mit meinem Programm Ähm Matrix Musik Natürlich Versteht sich von selbst Äh Wenn nicht, dann nicht, ne Das ist natürlich logisch Ja Das war ja wieder so ein Holzsatz Wenn nicht, dann nicht Oh Ja Super Lu Super Luftangriff Level 3 Kabum Habt ihr den gerade gesehen? Also jetzt ist er schon wieder vorbei, ne So Ah Zack Da war er Damit habe ich ihn gerade Entwaffnet Du Und jetzt mein Jetzt mein Freund Jetzt mein Freund Jetzt mein Freund Bist du aber Zack Weg vom Fenster Das war's So Ich sollte die Waffen wegstecken Falls Agenten kommen Und zack Durch die Tür Und jetzt wieder lieber hin Deckung gehen Da kommt sicher gleich irgendwer Ich hab schon ne Ahnung Ich hab schon ne Ahnung Soweit ich hier durchgehe Bin ich tot Aber Mir ist es egal So Weiter geht's An Wir packen das Danke Operator Bin raus aus dem seltsamen Zug Aber wo bin ich jetzt? Hab dich Du bist in der U-Bahn-Station Oh Mist Sie haben das Gebiet abgeregelt Wie? Hör zu Bei den Zügen Die nach Norden fahren Gibt es auch niedrige Wagen Spring auf sie drauf Wenn Scheiße Sie beginnen langsam Uns zur Last zu fallen Mr. Anderson Alles unscharf Wieso? Er hat immerhin eine Menge durchgemacht Wir wollen ihn doch nicht enttäuschen Boah Ob ich das schaffe? Hu 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 Dieser Mann ist verantwortlich für den Tod von mehr als einem Dutzend ihrer Kameraden Jetzt ist es also Zeit für die Abrechnung Wird ja immer besser Zack Ich brauche keine Waffen für diesen Scheiß Ich mache das alles auf Kung Lao Kung Fu Mortal Kombat Zack Kung Lao Kung Lao ist der King Wer was gegen Kung Lao sagt Der hat echt einen an der Waffel Zack Und Luftangriff Level 1 Nein Das wollte ich nicht Mich hier dissen lassen Von so einer Komischen Wache Zack Kabumm Tun wir ja bisli Hä? Na? Zack Blablabla So Das war es auch für den Luftangriff Level 3 oder so So Ab Ab zum Zug Hu 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 Und los geht's Ich kann kämpfen mein Lieber So Zack Ich hab's drauf Bin wieder drin in der Steuerung Ähm Ich würde jetzt gerne einen Superangriff machen Aber der geht leider gerade nicht Nein 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 Zack Und Genick und Drehen Na gut So geht's auch Zack Luftangriff Okay Ach ihr habt noch gar nicht angefangen Ähm Okay Gut Von mir aus Da sind auch schon noch die gleichen nächsten Die nächsten ähm Militär-Heinis nenne ich sie jetzt einfach mal So Nein Nein Das darf nicht passieren Dass mich hier eine von diesen Wachen dissen Yeah Jetzt kommt die Musik Jetzt geht's los Zack Action 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 Dicker Was willst du mit der Pumpkan Was bist denn du für einer Oh ich hasse diese Pumpkan Freaks Zack Bamm Fußball Endlich mal wieder geschafft Super Ein Glück spiele ich Klavier Das heißt ich bin gut in so Tassenkombos Zack Und weg mit dir Weg mit dir Das schenke ich mir Ha 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 Bam bam Ähm Ähm Nein Nein Ähm nein Ja ich weiß auch nicht was gerade los ist Ähm Jetzt geht's wieder Jetzt geht's wieder Danke Mr. Smith Ähm danke Mr. Smith dass du mich da aufmerksam drauf gemacht hast Ja Das war gerade ein bisschen ein Käse was ich überanstaltet hab Aber Auch Käse muss mal sein Denn Käse schmeckt gut Bam Bam Ich möchte jetzt einfach Nein Äh Habe ich die falsche Taste gedrückt Ja das tut weh Das tut weh Zack Jetzt 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 geht's los So Leider kann ich nur ein paar Kombos wie ihr hier seht Nicht immer dieselben Zack Monsterster 1 wird mir angeboten Aber leider krieg ich den Den äh Double Ähm Wie nennt man das Den Double Krieg ich nicht hin So Haha Mann Jetzt bin ich mal so ein richtiges nervtötendes Monster Mit dem super Angriff Hier So Jetzt bin ich ein richtiges nervtötendes Monster hier für euch Zack Boom Und ich werfe mal auf die Gleise Oh Hat nicht geklappt Mensch du Spaßverderber Oh Wir sind auf den Gleisen Nicht gut Nicht gut Nicht gut 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 Wir sind wieder weg von den Gleisen Sehr schön Ähm Hallo Okay du bleibst auf den Gleisen Und überlebst Okay Das hat Logik So Ich weiß ich bin dir eigentlich gerade gar nicht ausgewichen Aber egal Weil Ich werde dich trotzdem besiegen Und zwar mit diesem Schlag bist du down Find einen Weg heraus Ähm Tja Einer von den Zügen Muss eigentlich einen niedrigen Waggon haben Ähm Hier ne So Bin draußen Ich muss ja gar nicht kämpfen Oh ich muss ja gar nicht kämpfen Ich Idiot Okay Level geschafft Yippie Äh Ja Wieso eigentlich auch so viel Action Ich hab's ja gerade geschafft Also Ja Äh das ist ja von mir aus So Ich bin jetzt aber auch mal weg So die Leiter hat da geendet Habt ihr gerade gesehen Also ähm Tja So Jetzt ist es aber auch mal genug Mit Matrix Ähm Wir sehen uns wieder In Folge Nummer Zwölf Ähm Ja Das war ich Äh Der David Der Walkful Besiegungsdiv Jetzt haben wollt Ähm Rated dieses Video Ob ihr meinen Kommentar scheiße oder gut fandet Und ja Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Die Tage